Grüezi miteinander, am 21. März, da ist, was ist jetzt da am 21. März, ja Frühlingsanfang, das weiss ich schon, aber es ist nicht etwas viel Wichtiges. Am 21. März, da fängt nämlich die neue Veranstaltungsreihe von Weziken Kontakt an. Sie heisst Bunte Quartiere und es handelt von der Stadtentwicklung von Weziken. Am 21. März, am 20.30 Uhr, in der Stadtbibliothek, tut Architekt Beat Meier, der auch noch Vizepräsident von Weziken Kontakt ist, uns die Geschichte von Weziken erläutern. Er erzählt über die verschiedenen kleinen Weiler und Örtchen, die dann zu diesem heutigen Stadtgebilde zusammengewachsen sind. Weziken gilt ja als Stadt, aber abgesehen von Bildung und Kultur haben wir eigentlich wenig urbane Qualitäten. Und das ist das Thema, das uns interessiert. Wir werden über den Sommer vier verschiedene Exkursionen durchführen und da hoffen wir auch auf Sie, dass wir nicht nur Defizite in diesen Quartieren anschauen, sondern eben auch uns ein bisschen unterhalten über die Potenziale, über die Entwicklungsmöglichkeiten, über die einzelnen spannenden Aspekte in diesen Quartieren. Das tragen wir dann ein bisschen zusammentragen und Anfang November treffen wir uns zu einer Abschlussveranstaltung mit dem Weziken Stadtplaner Michael Charpier und geben ihm dann die gesammelten Erkenntnisse übergeben. Ja, jetzt ist es so, alle anderen Detail, die können Sie auf wc-kontakt.ch entnehmen und jetzt freuen wir uns auf Sie am 21. März. März.